hier und herzlich willkommen zu einem video von mir und zwar das ist auf jeden fall mein twitter account ihr könnt auf jeden fall sofort folgen hier seht ihr auf jeden fall pubg habe ich wieder runtergeladen einfach saugeil hier pubg für handy einfach nur empfehlbar da ihr seht der erik h winner da war ich natürlich erster einfach nur schön und einfach nur geil ja hier hat dann die gesten hat mir natürlich hat meinen kommentaren getippt und hat mir ein herz gegeben hier danke für die zehn follower weil jeder schon zehn follower hab ne elf sogar und wie sind antworten da muss ich euch jetzt das hier was zeigen hier herr nirstheim das ist der echte ja der hat mir einfach mal so ein also gefällt mir halt gegeben also so ein herz halt aber es hat nichts besonderes weil er sowieso halt meinen namen nicht merken kann oder was weiß ich der grüßt mich auch groß nicht und so dass sieht man sowieso sieht ja nicht jeder dass das das sieht schon jeder ja aber halt nur wenn man wo er drauf tippt also von daher ist es halt auch nichts besonderes aber es ist schon cool dass er meinen kommentar gelesen hat und dass er mir einen herz gegeben hat also das ist jetzt ja nicht in youtube ein herz ist was besonderes halt das ist einfach nur und gefällt mir so ein kommentarlike so kann man sagen ja also auf jeden fall heißt wenn ihr den pushen könntet beziehungsweise einfach nur folgen könntet hier poste ich eigentlich auch manchmal was ja ja steht da überhaupt irgendwas privates ja ich bin eigentlich da nicht geboren aber naja da wissen sie halt dass ich wenigstens ja egal egal so dann lasst ein like und ab oder wenn es dann nicht getan habt und ja und schreibt doch gerne in die kommentare ob ihr pubg jetzt sehen wollt also ob ich das auch mal live streamen soll pubg für handy oder oder aufnehmen soll und das dann hochladen soll wie auf dem pc da also wenn ihr wollt ja dann lasst noch leichter und ja oder schreibt in den kommentar rein und ja dann